Hallo, ich bin Sarah und ich bin Sanne und wir präsentieren euch heute 10 Tipps, um Deutsch zu lernen. Los geht's mit Teil 1. Nummer 1. Lernziele definieren. Bevor du Deutsch lernst, solltest du deine Lernziele klar definieren. Warum möchtest du Deutsch lernen? Willst du nach Deutschland reisen, studieren oder arbeiten? Wenn du deine Ziele kennst, kannst du dich gezielt auf die wichtigsten Lernbereiche konzentrieren. Nummer 2. Eine geeignete Lernmethode finden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Deutsch zu lernen. Du kannst in der Schule mit einem Nachhilfelehrer selbstständig oder durch eine Kombination dieser Methoden lernen. Probiere verschiedene Methoden aus, um herauszufinden, welche am besten für dich geeignet ist. Nummer 3. Lernplan erstellen und einhalten. Nimm dir jeden Tag Zeit, um Deutsch zu lernen, auch wenn es nur 30 Minuten sind. Du kannst dir auch einen konkreten Lernplan erstellen, der die Inhalte erhält, die du in der konkreten Lerneinheit lernen möchtest. Nummer 4. Regelmäßig üben. Die beste Art, Deutsch zu lernen, ist regelmäßig zu üben. Sprich mit Muttersprachlern. Schau dir deutsche Filme und Musik an. Lies deutsche Bücher und Zeitungen. Nummer 5. Keine Angst vor Fehlern. Jeder macht Fehler, wenn er eine neue Sprache lernt. Scheue dich nicht vor Fehlern, sondern übe weiter und du wirst dich verbessern. Wenn du hier bist, beigt. Bis zum nächsten Mal.